Last man standing in monster ich bin gespannt wie ich abreißen kann das wird auf jeden fall spaß Ich hoffe dass sie ein bisschen hier performen kann paar leute holen kann nicht direkt zu anfang vielleicht sterbe das wäre ganz toll Wir probieren Er ist attacke abgewehrt am start Flügel erwischt oh mein gott war das knapp da jetzt fast wie viel sauer nicht können wie ich da reingebrettert bin Erst mal bloß weg hier bloß weg Ich ziel es mal durch ein bisschen Bisschen entzerren Ja RAPTUS ich hab dich lässiges rad haste da vorne So ein ding Bisschen lose ist es aber Schön Oh Ja wie gut Eieieie der fährt rückwärts Eieieie Achtung Achtung Spinn doch Hab ich ihn? Der nächste Kill Gamerline ist auch raus gelöscht Auch chilliges loses rad haste da vorne Wie gut Oh 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 So scheiß Warum fahre ich auch so schnell? Mann nicht mal zwei Minuten bin ich hier drin Wer war das schon wieder? Das kann doch nicht wahr sein Ich muss besser performen hier Wie schlecht Karma Mann aber zwei kills hab ich geholt Zwei gute Fahrer hier auch noch Germany Gamer und RAPTUS Konnt ihr beide schnappen Oh nächster Crash Oh 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 Sehr stark Da wurde Nino weggerissen ne? Sehr sehr stark genau so Gibt es irgendwo noch einen Kampf? Oh da steht einer ne? Da versteckt sich einer Da hat Angriff gemacht Oh es reicht nicht Es reicht nicht Oh 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 Jetzt 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 oh Papa gegen cruel Wir sehen nix aus der Rauch Oh 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 fast die gleiche Stelle wie ich Oh der überlebt es jetzt vielleicht ob ich die beiden sich da bestellen kann gut jetzt fahren aufeinander wie die stiere oder doch nicht was macht den cruel fast sich selber geholt wieder papa ist raus oder oder steht einer papa das hast du das ist selber geholt das gibt's doch nicht aber du hast du kommen okay wo ist hier noch ein fight auf der geraden hier stehen noch welche hinten dahinten stehen zwei oder mit gerangelt madern cool madern eben schon gewonnen oh mein gott fast ist immer wieder raus gehauen oma ist raus der titelverteidiger ist so mit raus geflogen schade schade cool jetzt cool cool statt sich den nächsten pipa auch eliminiert und los max fährt hier auch noch mal rückwärts einfach mal ganz chillig die kurve es gibt es doch nicht wo ist der nächste fight nicht mehr viele leute drin die letzten vier viertelfinale steht jetzt ja jetzt kommen sie aufeinander zu ihr weicht aus blacky fährt erst mal weg der zieht so durch platten reifen hat der fluffy hallo kann er bremsen ja okay das steht jetzt schon ein oh jetzt was bringt gerade noch ausgewichen gibt es irgendwo ein fight noch hier vielleicht die beiden drei fahrer sogar er dreht sie erst mal jetzt geht's ab max gegen cool cool hat schon so viele fahrer geholt ne hier auf der start und zielgeraden nicht viel los hier auch nicht viel los hier wird sie versteckt von cool was machen wir jetzt bis zum unterkommen erst mal die letzten vier cool mvp ja cool ist jetzt schon der sieger fast in der runde hat die kämpfe gesucht und eliminiert die ganzen leute ist hier nicht immer weggefahren und ist der nächste kampf cool gegen lost max wir schalten um auf cool der auch ein bisschen durch die erstmal jetzt ein bisschen freie luft bekommen möchte max wartet hier steht hier am rand was macht er ist ja nein max hat sich festgefahren was er kommt ja nicht raus kann er mal kommen hier wir brauchen gerade notfall hallo haben wir jemanden einmal anstupsen ja vielleicht genau max aber raushauen er steckt so fest er wird wuch dran der ist jetzt opfer gerade hier das fisch wie kann man sich schnappen der steckt immer noch fest das ist da los was ist mit dem reifen da wurde sie geholt max wurde sie geschnappt der hat er so festgepackt die reifen in der luft einfach ne ja 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 da wurde sie kohle war natürlich fressen gefundenes fressen an der luft ne cool jetzt hier auf der graden die blackie cool alleine blackie auf der graden hier mit elias Elias gegen blackie jetzt vielleicht rückwärts reicht nicht beide fahren erstmals wieder hier nächster angriff für ausgewischen erstmal das ist mal so gefährlich in diese brems diese break testings die hauen extrem rein hier einfach festgesteckt ja ok jetzt schön das ein bisschen die bis zum abstand und cool kommt angepasst cool will auch er sucht wieder jedes battle gucken sagen wie er hin möchte zum battle hier sind die nächsten und cool kommt pass mal auf da kommt der cool hinten jetzt dahinten kommt da er will auch mit mit bis eingreifen aber wie gut letzten drei Wer kann sie den sieg geholten monster oder kommt cool geht wieder auf attacke wir schauen mal cool rein jetzt cool ging gegen blackie ne elias ist elias cool hat hier schon so viele leute eliminiert er ist so der der massenkiller einfach hier gefühlt cool dreht sich wieder geht auf attacke deswegen lieben wir ihn du bist sehr gut cool geht wieder los er legt so richtig los der swimmodus wie so ein weißer hei blackie zieht wieder ein bisschen durch wartet erst mal wie coolen jagd Elias zieht so durch ey krul ist so wild der will ihn so sehr ist das gut ist das gut guck wie die wegflüchten so gefürchtet aber wir müssen gleich auf blackie treffen irgendwann ne wie er durchzieht elias das gibt's da nicht der ist so am pflichten guck dir das an und krul hinterher was und elias wieder voll am wegpacen monster fahren sie einfach rückwärts hier mal mit voller kanne gleich müssen wir auf blackie aber auch noch treffen glaube ich ne blackie fällt auch hinterher oh du rückst du auch verluste ja irgendwann müssen sie sich nochmal treffen wo sind sie jetzt hier alle Elias auf der start und zielgeraden alle weit auseinander leider gerade ne minimap guter call wo ist denn die eigentlich ich seh keine ne ja jetzt sieht man sie super guter call oh da hinter ihm kommt jetzt einer hinter ihm ist der ist krul krul gegen blackie jetzt hier krul hat ihn bekommen aber es kommt auch jetzt angeschossen elias war krul guter versuch von krul wir bleiben jetzt hier in der perspektive war das knapp jetzt sind alle drei hier gerade versammelt es geht bei anderen beiden hier gerade ab aber da kommt krul hin angeschossen krul kommt so angeschossen da fällt krul krul volle kanne krul ist raus oh mein gott der war zu schnell da wollte er zu viel der krul da wollte er zu viel p3 sehr sehr stark boah vorne plattenreifen blackie ich seh's er schiebt ihn an er schiebt ihn an in die wand fast blackie oder elias wer holt es sich er dreht ihn aber es reicht nicht jetzt geht die wand oh mein gott blackie ist raus oh mein gott was war das für ein finale elias holt hier sich den sieg in monster boah war das wild gg ein cool blackie p2 geworden auch sehr stark elias holt sich das ding sausa stark leute ei 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 glückwunsch elias einmal aufgeben du hast hier das ding gerockt aber sowas von sehr sehr gut so leute das war's mit der folge hier in monster lasst gerne ein like und abo da schreibt in die kommentare welche stock wir noch fahren sollen last man standing jeden montag fahren wir formel 1 hier zusammen mit last man standing heiden sieg und so weiter seid da gerne am start fahrt gerne mit ansonsten fahren wir freitags und donnerstags hier immer auch äh clean rennen also bis denne haut rein tschüss jesuhe jesuhe Vielen Dank.